Was geht ab, Leute? Mein Name ist Greeno, willkommen zurück auf meinem Channel. Heute spielen wir wieder mit Tombolator Alligator. Hallo! Und zwar spielen wir heute A Way Out. Das ist so ein Knastspiel, wo wir zwei Verbrecher sind, die halt aus dem Knast ausbrechen wollen. So Prison Break-mäßig. Und ja, mehr weiß ich auch nicht über das Spiel, aber wir werden jetzt definitiv mehr erfahren. Also starten wir mal das Spiel, würde ich sagen. Starten wir ins Gemächt, äh, ins Gefächt. Ins Gemächt. Okay, wer willst du sein? Willst du der sein, der aussieht wie ich? Oder willst du der sein mit der langen Nase? Will der sein, der aussieht wie ich. Hey, ich aussieht der. Und jetzt Englisch mit Tombol und Greeno. Also ich bin Froud MZ Murder. About to serve up for 14 years. Also ich bin 14 Jahre alt. 14 years. Personality, ich bin rational, diszipliniert und reserviert. Mein Backroad, after earning a college degree. Also ich hab in meinem After earning, keine Ahnung, Augen im College degree. Und finanziere ein Marry His. Finanziere eine Hochzeit mit der Heizung. Mein Wirtshirt ist von Vincent Seenet. Und Job als Banker. Oh mein Gott. Wow. Können wir dir auch noch erklären, was da alles steht? Oder möchten Sie das selbst machen? Ich kann das auch selbst machen. Okay. Ich hab einen Arm gerobbert. Also hab ich einen Arm geklaut. War AS-Ault. Also hab ich wahrscheinlich meinen Arsch rausgelassen. Dann hab ich viel Grand Theft Auto gespielt. Das war so mein Crime. Dann wurde ich sentenced. Du hast sechs Monate serviert von acht Jahren bis 18 Jahren. Achso. Ja. Und Background Leo. Was brought up in so Offenage? Also. Ja. Versteht sich ja von selbst, oder? Ja, Leo ist gern mal auf einer Org hier. Die turnt, also die dreht sich um Kriminalitätsaugen. Und wenn du, wenn du stehlst, also wenn du klaust, wirst du Fame mit Diamanten. Und everything went horrible wrong. Also alles macht er falsch. No, he must get out of prison and see things. Also er kommt niemals aus dem Knast und sieht komische Dinger, right? For his son. Er sieht komische Sachen an seinem Sohn. His wife. His wife and for himself. Also er hasst sich selbst, seine Frau und sein Kind. So. Da haben wir das jetzt geregelt. Die können jetzt hier weitermachen. Okay. Ich glaub auch. Oh. Gott. Also wenn dann schon jeder abgeschaltet hat, weiß ich auch nicht. Ja. Hessling Studios präsent. Hessling Studios. Also wir kommen jetzt in die Prison Area, das heißt Gefängnisareal. Hey, ist sogar richtig. Ja. Das wäre voll witzig, wenn da jetzt die Musik von Disneys große Pause gekommen wäre. Hey, das bist doch du, gell? Ja, das bin ich. Das bin ich, ja. Also der vorne, der mit der Glatze. Ach krass, das ist ja Splitscreen. Hey, du kannst jetzt gucken, guck mal, du kannst jetzt gucken, wie ich da reinglaufen komme. Ja, lauf mal rein, du. Ich komme. Kann ich Steine werfen? Leider nicht. Wart ab, bis du hier reinkommst. Ich schläme deinen Arschloch auseinander. Hey, hallo. Hallo. Wart ab, bis du die Seife fallen lässt. Dann wirst du ein blaues Wunder anlegen. Kann ich wieder gehen? Ich gehe wieder, tschüss. Kannst du auch mal schneller laufen, ja? Tut mir leid, die Tür ist so weit weg. Kommst du zu mir? Ich hoffe doch. Das bin ich nicht, gell? Ey, man, hier gibt's eine Schlägerei. Tschüss. Ey, ich will auch kommen. Jetzt geben die den noch mehr. Redet er bei dir gerade? Ja. Ey, Mann, bei mir nicht. Ey, shit. Ja. Ich muss in den B-Block. Ja, ich bin auch im B-Block. Fuck, toll. Jetzt bin ich hier schon. Okay, ich muss mich ausziehen. Goi. Kann ich dir irgendwo zugucken? Oha, nice ass. Wieso lassen die euch jetzt da alle nackt rumstehen? Das gefällt dir anscheinend mehr. Der Direktor will uns sehen. Er will uns bestrafen. Er will uns die böse Kerle waren. Nein, ich höre ja die ganze Zeit nun. Alter. Was ist denn da los? Oh, fuck. Da ist doch Tom. Ja. Oh, Mann, ich höre dir nicht reden. Ah, guck mal, hier kann ich euch zugucken. Nice. Guten Tag. Hier komme ich wie so ein Häufig in Elend angelaufen. Also, wenn ihr nicht vergewaltigt werdet, dann weiß ich auch nicht. Ja, vor allem bei so einem Knäck-Arsch. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich habe hier Klopapier. Nice. Haben wir jetzt unsere erste Schlägerei? Das könnte sein. Ich komme zu dir runter. Oh Gott, du bist zusammengeschlagen. Helfen wir bitte, hilf mir. Ich weiß, wo du bist. Ich komme. Oh, wow. Lass sie in Ruhe, ihr kleinen Scheißer. Ich bleibe hier hinten in sicheren Fernung. Guck zu. Vielen Dank fürs so Leben, Rettung. Hey, du, hör auf. Okay, er will nicht aufhören. Tschüss. Ouch. Jetzt boxe ich dir schwindelweich, du dreckiger. Hey, ich will doch gar nicht, das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint, ja. Bitte, hört auf. Hä? Was geht denn jetzt ab? Was will denn der jetzt, Hobi? Äh. 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 Aua. Mann, kannst du auch mal gewinnen, du Schwächling? Ja, endlich. BAM. 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 Kombi, ja. BAM. In die Fresse. BAM. 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 ICH DAN SO... UAH. UAH. Was los lang? AIA! Ihr wisst ja gar nicht, dass ich Kung-Fu kann Panther geguckt habe. if protects haben. BAM. BAM, voll in die Fresse, Bitch Slap. Bitch Slap. Hey, als Maul. Oh, ich bin doch noch aufs Maul. Aia! Tschüss. AB. Eividad. Hey, warum schlägst du mal einen Kung-Fu-Master so? Nur ich dachte das. So. Tombow-09 ist fast down. Das habt ihr voll, wenn ihr euch spielt. Ich wollt gar nicht, aber ihr wollt so. Sollen wir den jetzt auch noch boxen oder was? Tschüss. Hättest du auch alleine geschafft, Pisser. Ich muss jetzt immer Subtitles machen für dich, weil ich nix ernst. Ja, ich war. Hey, geh dein scheiß Essen selber holen. Hier hast du Kacke mit Gemüse. Danke. Schmeckt bestimmt gut. Du bist der netteste Knoss, den ich je gehört habe. Danke, schmeckt bestimmt gut. Der wird da dreimal reingewixt und reingerotzt. Lecker, danke schön. Ist hier noch Platz? Ist hier noch Platz? Darf ich mich schicken? Danke. Ich würd gern mal Essen haben. Dankeschön. Was ist denn da drinnen? Rotze mit Brühe, wie immer. Dankeschön. Oh Gott! Halte die Maschine auf! Der wird mich ja vererstechen, der Pisser. Schäf dir, kein Problem. Aua! Bitte, hört auf mich zu schlagen. Bitte, Gewalt ist keine Lösung. Boah, schön gegen den Kärz, Alter. Bitte, hört auf! Gewalt ist keine Lösung. Oh Gott, jetzt rast der komplett aus der Tür. Oha! Das hätte auch ins Auge gehen können. Nicht aufpassen. Aua! Du musst, du musst... Bitte nicht! Bitte ich, ich bin, ich bin gegen Gewalt, bitte! Aua! Aua! Fang! Bitte hört auf! Puff! Ich will das noch gar nicht! Hä? Oh Gott! Wir sind die auf einmal so nah gekommen. Weiß ich nicht. Oh oh oh! Oh oh! Der war jetzt zum Glück. Oh, zum Glück die Putzilei! Oh nein! Putzilei! Der ist ja gemeingefährlich, der Typ. Tschüss, warum wir holen den Schäfer? Oh mein Gott! Alter! 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 Oh mein Gott! Digga! Warum haben die nicht einfach direkt die Elektroschocke rausgeholt, Alter? Wo sind wir hier gelandet? Im Mörderhaus. Der Typ ist ja gemeingefährlich! Ja, krass, Alter. Ich dachte jetzt echt nicht, dass er den einfach so absticht. What the fuck? Oh ja, können Sie mich bitte verarzten? Mein Arm tut so weh. Ich spritze jetzt erstmal ein bisschen Heroin, dann spürst du das alles nicht mehr. Oh danke, du erinnerst dich an die guten alten Zeiten. So, ich bin jetzt ein bisschen schwindelig. So, geht's denn jetzt ein bisschen beschissen? Ja, dauert ein bisschen bis der Hai kommt. Ja, danke. Ich bin da hinten nur, um ein bisschen rumzuschrauben. Ich schraube die Wand. Ich schraube die Wand fest. Oh, ich kann mir einen Schraubschlüssel holen. Einen Schraubschlüssel, genau. Da liegt ich ja. Legst du noch, oder bist du schon Hai? Ich bin Leo. Mich interessiert ein Scheißdreck, wer du bist. Wiegen dir wäre ich ständig geschlagen. Bitte hör auf. Meine Nase ist so groß, ich riech zu viel. Okay. Okay, I just watch your forehead. Was? Okay, du tust jetzt die Nurses schrauben. Hilfe. Ich tu mich hier verstecken, ja, dass sie mich nicht sieht, ja. Und wenn sie kommt, der schlägt hier auf den Arsch und tu so, als ob es nicht gewohnt werden. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der Typ hinter der Tür hat mich geschlagen. Alter, du hast mich gerade erschreckt. Du hättest rausgehen sollen. Ja, ich dachte, ich soll die umbringen. Nein, das ist Wahnsinns. Das sind doch keine Mörder. Ja, tut mir leid, ich hab zu viel Hitmerk gespielt. Mann. Entschuldigung, ich hab mir ins Hemd gekjagt. Haben Sie voll, T-Shirt, ich vertrag kein Klopapier. Da blut mein Arsch immer so. Hören Sie mir überhaupt zu? Können Sie mir bitte zuhören? Nein. Hören Sie mir bitte zu. Mein, mein, äh, mein Kenliff, äh, ähm, ich hab geschissen und mein Bauch... Entschuldigung. Ich dachte, ich hab geschissen unter dem Arsch, aber smilest du jetzt? Schwingt die alles in der Kerke. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, vor was sie reden. Äh, mein Feuchttuch ist so lang. Mein Feuchttuch ist so lang. Mein Feuchttuch ist so lang. Äh, äh, ich glaub, du musst irgendwas rummachen. Knock, ja, klopf mal. Äh, äh, ich klopf mal gegen die Scheibe, damit der... äh, hallo, ich hab geschissen. Können Sie mir helfen? Können Sie mir bitte Tabletten geben? Ich habe Schmerzen. Und die Schmerzen sind so toll, dass ich kurz warten muss beim Reden. Und... Okay. Okay, wir können wieder gehen, mir geht's gut. Wir schlafen runter. Tschüss. Tja, jetzt habe ich einen wunderschönen Schraubenzieher. Der Arsch, da darfst du ja den schreien. Ach, das ist eine Feile. Hey, what are you up to? Da kannst du dir Fingernägel feilen. Ja, sure. Kann man jetzt endlich mal Basketball spielen, oder? So, jetzt schreibe ich gerade mein Tagbuch. Mein Tagbuch. Guten Tag. Bitte kann ich nächstes Mal mit der Kellnerin schlafen, weil es nicht so viel los geht. Was? So. Okay, es ist endlich dunkel. Ich würde jetzt gerne meine Feile aus dem... aus dem Fenster holen. Falls mein Anus mal juckt. Die Zaunbürste ist nur für den Anus, wenn er mich juckt. Hey. Hey. Bist du noch wach? Hast du Bock? Hast du Bock... Hast du Bock auf eine Runde Beyblade? Ich bin kein dabei. Du kannst mit deinem Ausleiten. Kannst du mir vielleicht mal deine Nase zeigen? Okay, aber nur weil du's bist. Aber nicht heute. Das war's mit A Way Out, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Unterstützt meinen Bro, Tommel09. Abonniert ihn und folgt ihm auf Insta und TikTok. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Greeno. Bye! . 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